Jo Leute, willkommen zurück. Mal schauen, wie es weitergeht, ne? Ja, so kann man eine Folge beginnen. Direkt Action. Tür auf, Monster aus. The Complex. Okay. Done. Dann lass mal sehen hier. Kümmern wir uns erstmal um ihre Haustiere. Jetzt geht diese Tür hier ständig auf und zu, oder was? Das anders machen. Mach dich weg. Ne, mach nicht weg. Noch einmal steht er vor dir. Mann, Nummer Nummer 9. Was für ein mieser Shit. Gut. So, gut. Zack. Na, hab ich dich erwischt? Scheint nicht so. Oder doch. Da unten war noch einer. Okay. Geil. Öh. Da drüben Schalter dafür, ja? Kommt so aus. Hopp. Sehr schön. So. Hier gibt's Zeug. Und, äh... Noch mehr Zeug. Nur wie komm ich da hoch? Ach du Schande. Ja. Ja, wie ich da hinkomme, ist mir klar, ne? Das hat man heute gesehen durch Zufall. Da muss man doch irgendwie hochkommen. Da oben gibt's Muni. Vielleicht kommen wir da auch später noch hin. Mal gucken. Munitionsprobleme haben wir ja normalerweise hier nicht so. Nicht lebensbedrohlicherweise jedenfalls. Da kommt doch bestimmt wieder was gespawnt irgendwie, ja? Ja. Bei eurem Dasein bereiten wir mal ein Ende. Project Earth. Hier haben wir den. Ach so, du heilst mich da. Guten Morgen aus dem High Desert. Das ist Art Bell. Nun, es war eine hellige Nacht, Leute. Und noch keine offizielle Worte. Die heutige Gäste ist ein psychischer Forscher von normalen Posten. Äh... Ich guck mich noch mal woanders rum. Ist vielleicht besser. Ja, oder auch nicht. Na, klasse, ey. Ich hatte die Tasse. Ich war doch klar, dass da noch was kommt. Oh, und geht's dann hier lang? Sag, nix. Zu den Feinden. So viel steht fest. Da ist der Schalter dafür. Okay. Okay. Oh, gut. Komm ich ja hier recht sauber durch bisher, ne? Läuft ja. Was? Was? Ich höre dich doch, wo bist du denn? Das kann doch nicht wahr sein hier Tja, dich habe ich wohl erledigt, kurzen Prozess gemacht hier Ich werde das nutzen Ne, offenbar nicht Nein, offenbar nicht Nein, nachdem... werde ich leiden Gehen wir durch Okay Das ist... cool Was soll das mal wieder? Äh... ja... Interessant Das ist mal irgendwie... Vielleicht kommen wir nicht durch, ne? Achso, ich kann so selber rein hier Das ist auch nett Okay, jetzt was? Ähm... ja... Das ist crazy Uh-huh Ist das richtig, dass ich da rausschießen kann? Nee, ne? Nee, kann ich irgendwie nicht Tja, wie soll hier der Hase laufen? Komm hier nicht raus, ne? Das ist ja ganz witzig hier, der Richtungswechsel, aber es kommt mir nix Wie soll das denn? Wie ist das? Wie ist das? Komm hier nicht raus Ich bin nicht gefangen Ja. Hm. Ich hab da jetzt auch gerade echt keine Idee dazu. Aber das war jetzt nicht so eine gute Idee, glaub ich. Ja, wie müssen wir ja hier rauskommen? Irgendwas damit zu tun bestimmt. Ich kann hier auch nicht rausschießen, nicht wirklich, ne? Ich kann hier doch nicht mal Pfeile schießen, ne? Hm. Nur Richtungswechsel. Das klang gerade ein bisschen anders, ne? Aber warum? Jetzt macht das ganze Sinn. Ja, oder auch nicht. Ich würde dem Würfel hier irgendwas machen, ne? Hm. Interessantes WC. Irgendwas hat's hier mit aus, ne? Ich kann damit ja aber nichts machen. Hm. Wir kommen der Sache irgendwie näher. Kann ich... Ja, ich kann ja nicht raus. Wir kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 ich muss den würfel da durchschieben, alles klar verstehe das heißt mal drauf kommen ja was denn auch sonst das wäre verkehrt super super haben wir das ist die cube, was? los weg hier oh wer irgendwo hier ja einer nö hier ist das gerade wieder zurück, oder? tu du hast den letzten köttel geschissen, das sage ich dir hier lauf ich wieder zurück, oder? nicht manchmal gut, so ein bisschen munition kann ja nicht schaden, die nehmen wir mit jetzt darf ich hier nochmal um heißen brei laufen wahrscheinlich, weil ich da nicht so einfach hinkomme, oder? ach mist naja, ging ja nochmal, war ja jetzt nicht so schlimm oh leute, ich sage mal bis zum nächsten mal, wenn es wieder heißt prey, bis dahin, macht's gut, oder besser ich sage mal bis zum nächsten mal ich sage mal bis zum nächsten mal